Ich lerne Deutsch. Nummer 10667 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Beim Basteln haben die Kinder eine kreative Diskussion über die schönsten Farben. Beim Basteln haben die Kinder eine kreative Diskussion über die schönsten Farben. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Im Dezember ist Weihnachten. Die Familie feiert mit Geschenken und leckerem Essen. Spielst du gerne draußen im Sandkasten? Spielst du gerne draußen im Sandkasten? Spielst du gerne draußen im Sandkasten? Das war ein tolles Training. Ich werde es morgen wiederholen. Das war ein tolles Training. Ich werde es morgen wiederholen. Meine Mutter und ich ziehen uns oft gleich an, wenn wir ausgehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.